So, herzlich willkommen. Heute ist ein schöner, sonniger Tag. Ich bin Axel von Lernbart und bin in Koblenz jetzt unterwegs, an der deutschen Ecke. Da sieht man die Spitze, die Lein und Mose verbindet. Das heutige Thema ist die innere Einstellung. Es geht darum, ihr könnt so viel Wissen haben, wie ihr möchtet, ihr könnt auch so viel machen, was ihr möchtet. Es kommt auf die innere Einstellung an. Es gibt viele, die reden viel, aber die haben nicht die Einstellung, sie sind negativ eingestellt. Entsprechend dessen ist natürlich der Erfolg weniger. Wenn ihr eine gute innere Einstellung habt, das heißt positiv denkt, dann erwähnt ihr auch die Lösungen zum Problem. Was machen die meisten? Die gehen auf das Problem ein, aber nicht auf die Lösung. Deswegen habt ihr eine positive innere Einstellung und schaut, dass ihr nach einer Lösung kommentiert schaut und nicht problemorientiert. Das war Axel von Lernbart. Auf Wiedersehen. So, dann...